hallo und herzlich willkommen zum neuen box office tippspiel der kalenderwoche 2 es geht heute um den film monster trucks und der film geht 104 minuten der regisseur ist chris er hat unter anderem regie geführt bei ice age robots oder ice age 4 dann die hauptdarstellerin ist jane levy bekannte aus ibe dead oder don't breathe beides horrorfilme und der hauptdarsteller ist lucas till bekannt aus world invasion battle los angeles oder aus x-men erste entscheidung oder x-men apocalypse so dann kommen wir mal zum inhalt um dem leben und der stadt in die er hineingeboren wurde irgendwie zu entkommen baut sich highschool schüler typ aus teilen verschrottete autos eine monster truck zusammen ein unfall in einer nahegelegenen ölbohrstation könnt ihr ihm den schlüssel dazu verschafft haben eine seltsame unter ölisch lebende kreatur mit geschmack und talent für sport ja jeder kennt ja die monster trucks weil die riesengroßen dinge und da wurde jetzt halt ein film gemacht also ich glaube ja nicht dass das erfolg wird was tippe ich denn ich tippe mal auf 7,5 millionen dollar ich werde auch mal ich werde auch immer unten ein trailer rein machen könnt ihr euch mal anschauen dann immer falls ihr nicht weißt um welchen film es geht und ja da könnt ihr mal draufklicken dann manchmal das mal anschauen und euch selber mal ein bild davon machen welchen film es sich dann geht um handelt und ja dann soll es das gewesen sein für dieses video ich hoffe ihr macht alle mit drückt euch die daumen dass ihr auch gewinnt und wir sind dann jetzt hier fertig und damit sage ich ganz leise